Ich bin unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Mach dir mal was. Schön arbeiten, sonst kommen ja welche raus und das ist kacke. Arbeite da. Ein Geschöpf ist in Eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder aufgestanden. Ich meine, die waren ja in letzter Zeit so nützlich. Ich hätte schon gerne Folterkammer, das wäre geil. Watt, wo? Ah, kommen sie da raus. Spacken. Wo ist eigentlich ein Salamander von mir? Ist er gestorben? Boah, seid ihr krassen Level 3 und so? Pisst euch, da Uwein. Seid alle scheiße. Okay, der ist im Arsch. Weiter geht's. In den Riesenkümmerchen. Kannst mich mal, ey. Kannst den Arsch mal rausrollen. Ja, ein bisschen Arsch. Du Schmuck. Was machen denn 17 Imps, ne? Was machen die? Ich meine, die sind doch alle unbeschäftigt, oder? Ne, die sind alle beschäftigt. Ach, die sind damit beschäftigt, zurückzulaufen. Toll. Voll die krassen. Boah, der ist ab. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben. Na, noch ein Geschöpf. Oh, schon 5. Cool. Aber wo ist mein Salamander? Ich mach dir die voll. Die waren voll chillig. So ein Mutterthema. Geht da jetzt nicht lang, aber hier geht's bestimmt eine lange Wette. Ich hab's. Aber was einfach, ja. Wirst du geheilt? Wo ist hier so ein geiler Salamander? Ihr wollt schlafen und essen? Ach so, okay. Geben wir das euch erstmal. Ist natürlich klar, ne? Wie, wir haben einen gegnerischen Raum erhüllt. Wie, wir haben einen gegnerischen Raum erhüllt? Ach, das war bestimmt das Heldentor. Klar. Oh, ich hab über 16.000 Gold. Geil. Dann, was bauen wir hier? Hier bauen wir irgendwas cooles. Folterkammer? Na, weiß nicht. Friedhof? Na, weiß auch nicht. Oder auch Friedhof. Weil die werden bei mir nie wirklich abtransportiert. Friedhof ist so eklig teuer. Friedhof ist teurer als eine Folterkammer. Okay. Bauen wir das hier eben ab. Haben wir auch einen Friedhof. Ach, genau. Warten wir einen Zeitpunkt, aber dann gucken wir mal, ob wir spawnen. Ich meine, der Zeitpunkt. Hier sind doch Ihre Hühner. Hoh, du hast auch die Hühner fahren. Damit eure Geschöpfe immer gut genährt sind. Hühner fahren. Hier sind doch eine Hühner. Hoh, ich die doch. Ihr hebt so einen Allroundraum. Hühner fahren. Hätte ich auch hier reinbauen können, ne? Scheiße. Kann ich hier einen Friedhof rein? Reicht das? So 4x4 Felder? Reicht, oder? Meinst du für 3 Gräber? 1, 2, 3, oder? Weiß gar nicht. Ich würde einen Friedhof doch lieber hier reinbauen. Wäre mir angenehmer. Oh, hier ist noch Gold. Was, warum kann ich das noch hier reinbauen? Von wegen vollgestopft? Ihr könnt mich mal vollgestopft. Wo ist das ganze Goldgelände, das ich abgebaut habe? Ich hätte doch hier irgendwo noch so einen Fleck Schatzkammer, oder? Nee, auch nicht. Ja, pssch. Lächerlich. Oh. Oh. Ja, da muss ich mal was hier notgedrungen abreißen. Und mal ein bisschen kassieren gehen, ne? Mal gucken, was da drin ist. Scheiße auf das eine Feld, was wir sparen würden. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Mach das mal. Und ein Impf trägt das mal weg, bitte. Was ist das? Mach glücklich? Oder wie? Nee, keine Ahnung. Sag ich nicht. Ist aber scheiße von denen. Aber ich hätte doch einfach hier rüber bauen können. Ich bin so ein Bob. Und die Tür bricht ein... Jetzt. Jetzt. Ach, was soll hier sein? Hier finden sie was. Komm schon, steh auf. Steh auf. Steh auf. Du, 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 du. Oh, jetzt hab ich schon verlaufen. Toll. Hier geht's raus. Dann geht's hier lang. Hier geht's links lang. Rechts. Links. Einfach mal ein bisschen gucken. Ich meine, ich sehe ja, wo ich ungefähr auf der Karte bin. einfach ein bisschen erkunden einfach die typische Taktik, einfach immer links lang gehen dann muss man irgendwann, das haben wir schon bei Piet mitgelehrt, irgendwann muss man dann überall so, fahren wir mal rein dann muss er 2875 geholt warte, wie viel Leben hat der denn hier, ne? so, geh mal raus so, ne? Schwachsinn Warte, es hat jetzt auft- ne? super, ist ja mega gar nicht gewesen egal, wir wissen jetzt, wo es hingeht und das reicht das reicht mir vollkommen es geht hier lang, oder wie? es geht dann hier von der Seite rein, oder wie? oder he? oder he? keine Ahnung ist es nichts mehr, aber Hier ist auch nichts mehr, aber hier ist eine Tür. Alles Fakt. Von mir in die Tür war keine Ahnung. Komplett schwachsinnig. Macht das Daumen mal weg, es stört. Der Raum war, ach, das war nur für diesen komischen speziellen Gegenstand da. Es war alle Freunde, da schwimmen wir drin, das arbeitet alle Geschöpfel. Die Stimmung aller Geschöpfel hebt. Jetzt kann ich mir einen Friedhof bauen, oder wie? Was sagst du? Oh, da kostet er immer noch so viel. Das ist jetzt 3x3, ist das, naja. Hey, scheiße. Aber soll ich mir bitte das ganz Gold herkriegen? Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Salamander, ey, kann nicht mal was aneinander. Okay, dann müssen wir wohl ein Level da rüber. Ich mach's echt nicht gern, aber wir müssen da rüber. Ich hab den 2 abbezogen. So, ne, wir haben noch ein bisschen Spaß. Und wir müssen ein bisschen Ems machen. Oh, Level 7, das kostet. Kommt schon, macht schon. Das sind die Lose schon bereit halten. Ich will den Level 8 da. Geh weiter essen. So. Wo wird der Level 8? Eins. Sechs. Sieben. Weiter, ne, da war der überhaupt ein Level 8 da. Ne, ich hatte den Level 7 da. Ist mir auch schnuppe. Und jetzt können wir da lang. Bam. Bisschen Torkeln, wie ein Betrunken. Na. Haarlem Shake, ne. Da, 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 da. Oh. Was ist das? Was ist das? Das ist auf jeden Fall nützlich. Linkslang ging's nicht mehr. Ne, aber jetzt hier. Das hier rechts ging's weiter Richtung Gegner, glaube ich. Oder ne? Auch nicht. Dann kann ich wieder zurückgehen. Das dröckelt voll. Aber ich meine, wer auf Lava geht, hat auch keinen stabilen Stand. So. Das Bild noch drin. Perfekt. Gut, haben wir das hier alles aufgedeckt. Und dann müssen wir da hin. Aber 100 pro. Aber ist Gold dafür? Nein. Brauchen wir das Gold dafür auch nicht nach. Ich meine, der Friedhof ist politisch komplett unnützen. Ne? Ich meine, ich sag ja nur. Und der kostet politisch genauso viel Geld, aber es bringt uns wenigstens was. Anstatt um ein halbfertiger Friedhof. Jetzt. Ja. Nein. 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 Wir wenden Triggern. Bitte. So. Dann hier. Zwei weg. Und hier eins bauen. Warte, dat mal. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Was ist das? Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Heilt alle Geschöpfe in ihren Diensten. Ach komm, Brücke kann man auch abreißen. Und jetzt ständige... ...hin und her, ne? Das kotzt ja schon ein bisschen an. Oh, das kotzt so viel. Ja, das kann doch nicht alles weg. Ach, das kann ja immer alles weg, so fertig. So, jetzt bring das da hin. Und hinter dir. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Boah, wie viel Gold wir da reingesteckt haben. Man, hier ist schon wieder ein Zahltag. Boah, so ekelhaft. Ach, hier. Können wir frisch auch noch alles wegmachen. Ich meine, wir brauchen einen Scheiß schon. Brauchen wir immer noch nicht genug Gold, ne? Scheiße. Das ist einfach ein großer Haufen Mist, ist das. Es ist Zahltag. Das hier brauchen wir doch auch alles keiner mehr. Wieder ein bisschen Geld gemacht. Warum können wir es decken? Oh, ich glaube, insgesamt können wir es decken. Ja. Wobei wir jetzt mal rüber gehen. So, das macht ihr jetzt. Bitte Kanone, nicht. Jetzt dadurch. Dann gehen wir dadurch. Ach so, scheiße. Mach da mit. Mach da mit. Ach, ihr seid schon drei am Brudel, okay. Weg. Ne? So. Das ganz genau, warum ich die Brücke weggemacht habe, weil ihr einfach nervig seid. Ja, selbst schon. Als ob ich jetzt noch für dich aufkomme, wenn ich meine, du bist scheiße, bist du. Oh, und das hier könnt ihr mal wegmachen. Dann sterbt mich. So, das, und 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 das, ne, das nicht. Das ist das schon. Das auch. Das. Na, das weiß nicht. Na, 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 na. Habt ihr jetzt mal? Das ist einer von euch planiert, dass ihr schon mal. Eben bisschen. Im höheren Level als die anderen Geschöpfe, ist ja auch peinlich. Bulle da durch. Komm schon. Warum ist das eigentlich durchgehend offen? Ich meine, da müssen ja total viele Geschöpfe drin sein, oder wie? So. War doch chillig, oder? So. Ihre Vigur. da kommt jemand, okay ja natürlich kommen die nicht zum schlafsaal wenn sie einfach nur voll kacke sind da 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 und heilen aus